Hallo und herzlich willkommen zu diesem Deezer-Dead-Video auf meinem Kanal, ganz kurz vor der Europawahl, die morgen stattfindet. Wie ihr hoffentlich schon gesehen habt, habe ich ja vor einigen Tagen ein Video zur Europawahl rausgebracht, in dem ich viele Fragen von euch beantwortet habe und Wahlprogramme auszugsweise der großen Parteien vorgestellt habe. Und ich hatte damals auch erklärt, warum ich jetzt noch nie eine kleine Partei gewählt habe. Da kam jetzt aber von euch doch deutlicher Protest und die großen könnte man nicht wählen, die kleinen seien so interessant. Und deswegen habe ich mich kurzfristig entschlossen, noch ein kleines Video über kleine Parteien zu machen, die zur Europawahl antreten. Aber da ich nicht mehr die Zeit habe und ja auch nicht mehr die Zeit, das zu gucken, dass wir uns die alle anschauen, habe ich euch gebeten, mir Vorschläge zu schreiben. Die fünf meistgenannten davon wollte ich dann gerne vorstellen. Abgesehen davon, dass einige von euch die FDP, die SPD und die CDU aufgeführt haben oder auch die Grünen, die nun meiner Meinung nach nicht zu den kleinen Parteien gehören und die ich ja auch im letzten Video schon ausführlich beachtet habe, kamen auf Platz fünf und vier zwei Parteien, die ebenfalls im letzten Video schon zum Zuge gekommen sind. Und deswegen will ich auf die auch nur noch ganz kurz eingehen. Was die ÖDP betrifft, die bei euch auf Platz fünf der gewünschten kleinen Parteien kam, habe ich ja im letzten Video schon einiges erzählt, dass sie im Punkto Umweltschutz, Klimaschutz sicherlich mit die radikalsten sind. Ebenfalls was pazifistische Haltungen, Rüstungskontrollen und so weiter anbetrifft. Ein Hinweis von euch hat mich nochmal darauf gebracht. Ich meine, der erste Satz in ihrem Programm heißt, dass die christlich-jüdische Weltanschauung Grundlage in der Europäischen Union sein soll. Ja, und wenn man sich das genauer anschaut, dann sieht man halt, dass sie natürlich so was Familienpolitik oder Themen wie Abtreibung, Homo-Ehe und so weiter betrifft, sehr katholisch sind. Das muss man vielleicht einfach dazu sagen. Das kommt jetzt in dem Europawahlprogramm nicht so sehr vor, aber diese Nebenbemerkungen wollte ich einfach doch noch sagen. Das ist für manche dann ein Ausschlusskriterium. Ganz egal, wie radikal und zielführend sie bei Klimaschutz zum Beispiel sind. Ja, an vierter Stelle hattet ihr genannt, ihr würdet gerne was über die AfD hören. Auch über die AfD habe ich im letzten Video schon einiges gesagt. In allererster Linie, dass sie eigentlich gar nicht die EU als Europäische Union wollen, sondern eigentlich eine Stärkung Deutschlands. Und deswegen wollen sie auch das EU-Parlament abschaffen und als Ultima Ratio den Austritt von Deutschland aus der EU und die Wiedereinführung der deutschen Mark. Ich weiß, dass einige von euch mit der AfD auch sympathisieren. Ich habe euch auch unten der Vollständigkeit halber ein Interview mit dem Herrn Neuten verlinkt, der natürlich da gar nicht so unsympathisch rüberkommt und das auch ganz gut erklären kann. Trotz allem, man sollte im Hinterkopf behalten, wir wählen hier das Europäische Parlament und die AfD ist eine Partei, die eigentlich Europa in dieser politischen Form nicht will. So, jetzt kommen wir zu den drei Parteien, von denen ihr euch noch ein bisschen mehr Informationen gewünscht habt. Und ich kann hier nur einen subjektiven ersten Eindruck vermitteln. Ein bisschen geht es mir auch darum, wie stellen sich die Parteien dar, wenn sich jemand für sie interessiert und wie schnell kommt man dazu, sich eine Meinung zu bilden, ob diese Partei etwas für einen sein könnte. Und auf Platz Nummer drei liegen die Piraten. Also, wenn ich mir das Wahlprogramm von den Piraten auf den ersten Blick betrachte, dann ist es einfach so, es ist schon mal sehr lang, es hat sehr viele Worte. Es macht es mir jetzt nicht sehr leicht, einen Zugang zu finden, fast wie so eine wissenschaftliche Abhandlung. In Untergliederungen bis zu zum Beispiel 19.6.7.3 sind die Kernprinzipien des Klima- und Umweltschutzes. Also, das ist ein Partei-Programm, mit dem ihr euch gerne beschäftigen könnt, diesen 46 Seiten. Wenn ihr viel Zeit habt, ich versuche nur die ganz wichtigsten Grundzüge für euch hier zusammenzutragen. Inhaltlich zunächst mal ist es so, dass die Piraten natürlich einen Riesenschwerpunkt beim Digitalen haben und außer den Politikbereichen, in denen ich nachher noch kurz vergleichen möchte, sind sie für ein bedingungsloses Grundeinkommen in der EU und sie haben ein sehr weites Familienbild, kann man mal sagen. Also das Gegenteil von der ÖDP. Jede Form von Familie mit gleichgeschlechtlich, gemischt, wie auch immer, soll auch Kinder haben dürfen. Und da sind sie sehr weit, sage ich mal, in ihrer Vorstellung. Ich habe auch hier wieder die häufigsten Wörter, wie letztes Mal, im Programm durch ein Tool herausfinden lassen. Daten ist ein sehr häufiges Wort. Schutz ist ein sehr häufiges Wort. Unternehmen kommt auch noch sehr häufig vor. Das einfach mal so als erster Eindruck von der Piratenpartei. Nachher werde ich die drei Parteien, die bei mir heute näher in die Betrachtung kommen, direkt vergleichen zu vier Politikfeldern. Was euch am zweitmeisten interessiert hat, war Volt. Von Volt hatte ich tatsächlich noch nicht sehr viel gehört vorher. Das Besondere an Volt ist sicherlich, dass sie eine absolut europäische Partei ist, die auch eine panneuropäische Struktur hat und die mit der Amsterdamer Deklaration auch ein Programm aufgestellt hat, das für alle europäischen Volt-Unter-Einheiten sozusagen gilt. Neben diesem Aspekt auf einem wichtigen Europa finde ich noch interessant, dass die Frauenrechte und die Minderheitenrechte sehr explizit ausgedrückt werden in ihrem Wahlprogramm. Zum Beispiel das Anstreben vollständiger Gleichberechtigung und Vielfalt unterrepräsentierter Gruppen im öffentlichen Dienst. Durch bevorzugte Behandlung, weibliche Teilhabe soll explizit ermutigt und gefördert werden. Bei der Wortwahl ist neben EU, Europa und Volt vor allem Bildung, Transparenz und Zukunft besonders häufig vorhanden. Auch das vielleicht einfach mal als erster Eindruck. Tja und am meisten interessiert hat euch die Partei, zu der ich ja letztes Mal ein bisschen was gesagt hatte, dass ich das zu satirisch finde und auf eure Anregungen hin habe ich mir das noch ein bisschen genauer angeschaut. Ich muss sagen, die Partei macht es einem einfach schwierig zu finden, für was sie eigentlich stehen. Das hat sich nicht geändert durch die Beschäftigung damit. Ich finde das super unterhaltsam natürlich. Wenn ihr euch das Europaprogramm anschaut, Klimawandelleugnung soll man unter Strafe stellen, wird mit der Höchststrafe sanktioniert, Führerscheinentzug. Oder eine Obergrenze für Fürchtlinge, die sofortige Rückführung von Fürchtlingen in die DDR. Oder wir fordern den Bau einer deutschen Atombombe. Oder ein Existenzmaximum von eine Million Euro. Sehr witzig ist auch, dass man sich bei der Partei ein individuelles Wahlprogramm zusammenstellen kann. Da muss man eine ganze Menge von sich eingeben. Und dann kriege ich am Schluss ein Parteiprogramm, was wirklich detailliert auf mich zugeschnitten ist. Ab 51 Jahren wird man dann verrentet zum Beispiel. Und Konstanz wird die europäische Hauptstadt. Da ist dann sehr viel Lustiges, was auf die Dinge, die ich eingegeben habe, referiert. Ein Wahlprogramm in dem Sinne, ob ich sie wählen kann, habe ich damit immer noch nicht. Tatsächlich habe ich das Wahlprogramm letztendlich nur durch das Ausfüllen des Wahlomaten bekommen. Beziehungsweise dem Parteiomat, den die Partei auf ihrer eigenen Seite zur Verfügung stellt. Die Fragen sind identisch. Da ist jetzt für mich eine Frage des Urheberrechts. Haben sie einfach nur den Wahlomat geklaut oder hat der Wahlomat den Parteiomat geklaut? Wenn ich nachher die Parteien in ihren Inhalten vergleiche, dann kann ich das nur aufgrund dieses Wahlomats. Weil da kann man dann tatsächlich sehen, welche Standpunkte die Partei angeklickt hat. Welcher These sie zustimmt und welche These sie ablehnt. So, jetzt lasst uns ganz kurz durch vier Politikfelder durchfliegen und schauen, was sagen diese drei Parteien dazu. Erstens Erneuerung der EU. Die Piraten sind dafür, dass die Bürger mehr Möglichkeiten haben, sich auf elektronischem Wege an der EU zu beteiligen. Sie wollen das Parlament stärken und sie wollen ein Europa der Regionen, in der Vielfalt erhalten bleibt und Einheit im Politischen hergestellt wird. Sie wollen eine Bürgerbeteiligung bei der Verfassung und mehr direkte Demokratie. Volt möchte eine föderale, transparente und parlamentarische Demokratie, also auch ein starkes Europa, das haben wir ja vorher schon gesehen, aber sogar mit einem Premierminister, einem Präsidenten, der vom Volk gewählt wird und einem eigenen Finanzminister. Volt möchte Bürgerbeteiligung fördern und vor allem Transparenz. Bei der Partei konnte ich zu diesem Komplex aus dem Valumaten in erster Linie herauslesen, dass sie Volksbegehren und Volksentscheide mit Sicherheit unterstützen würden. In der Außen- und Sicherheitspolitik sind die Piraten für die Abschaffung von Frontex, für ein Rüstungsexportverbot, gegen eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, weil dafür die Entscheidungswege noch nicht gegeben sind und dass man keine Drohnen gegen Menschen einsetzt. Volt ist da ziemlich andersrum, weil sie streben eine europäische Armee an und wollen für die Kriminalitätsbekämpfung stärkere Zusammenarbeit. Und die Partei wiederum ist genau andersrum. Sie wollen keine EU-Armee, lieber mehr Entwicklungshilfe, auch keinen Ausbau von Europol und die Sanktionen gegen Russland abbauen. Hier unterscheiden sie sich von beiden anderen Parteien im Valumat, die nämlich für die Beibehaltung der Russland-Sanktionen sind. Und Volt sind die einzigen, die eine europäische Armee wollen von den dreien. So, Digitalisierung, da sind die Piraten natürlich am ausführlichsten und haben Digitalisierung in allen möglichen Politikbereichen in ihrem Programm. Wichtig ist für sie, dass ein anonymer Zugang möglich ist, dass die Datensicherheit gewährleistet ist, keine Datenspeicherung ungewollt erfolgt. Die Privatsphäre ist ihnen sehr wichtig. Wenn man zum Beispiel im Social-Media-Bereich wechselt, sagen wir mal von Facebook zu einer anderen Plattform, dann soll man seine Daten mitnehmen können. Im Softwarebereich sind sie stark Open Data orientiert, also dass keine Monopole hier entstehen können und dass die Meinungsfreiheit nicht in die Hände von Privatunternehmern und Algorithmen gelegt werden kann. Volt sagt zur Digitalisierung ebenfalls, dass sie sich eine europäische Open Source Infrastruktur wünschen und dass man die Abhängigkeit von den Monopolisten reduzieren soll. Ansonsten setzen sie auf eine digitale Bürgerbeteiligung, finden, dass Digitalkompetenz wichtig in der Bildung sein soll und vielmehr gestärkt werden soll, sind für einen elektronischen Ausweis und dezentrale digitale Arbeitsverhältnisse, also auch ein relativ umfangreiches Verständnis von Digitalisierung. Bei der Partei ist es mir nicht gelungen, Aussagen zum Thema Digitalisierung zu finden, obwohl sie dazu bestimmt eine Meinung haben, aber ich kann sie euch nicht zitieren oder darstellen, das ist mir jedenfalls gestern nicht gelungen. Und dann bleibt noch der Klimawandel, das natürlich im Moment am meisten diskutierte Thema. Die Piraten möchten eine schnellstmögliche komplette Umstellung auf erneuerbare Energien, lehnen Fracking ab, wollen keine Subventionen für fossile Brennstoffträger mehr haben und bis 2030 eine CO2-Reduktion um 60%. Verkehrspolitisch setzen sie auf einen höheren Schienenanteil und was ich tatsächlich einen interessanten Gedanken finde, den ich noch nirgends gelesen habe, wobei es ihn bestimmt woanders auch gibt, ist ein europaweites Recht auf Reparatur, dass die Firmen dazu angehalten werden, ihre Produkte so zu bauen, dass man sie reparieren kann. Da würden wir nämlich tatsächlich einen großen Beitrag zum Klimawandel leisten, wenn wir Dinge reparieren, statt sie wegzuwerfen. Volt Deutschland fordert eine EU-weite CO2-Steuer, keine Subventionen für fossile Brennstoffe, möchte umweltfreundliche Transportmittel fördern, verlangt das Verbot von Pestiziden, um die Artenvielfalt zu erhalten, eine nachhaltige Landwirtschaft. Sie findet interessanterweise laut Valomat die Gentechnik in Ordnung und ebenfalls sagt sie, dass in anderen EU-Staaten weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden dürfen. Also sie sind nicht für eine vollständige Abschaffung der Atomkraft, kann man natürlich auch aus CO2-Gründen so sehen. Ein Ausdruck, der bei Volt vorkommt, den ich noch bei niemandem anderen gelesen hatte, ist die Kreislaufwirtschaft, die sie sehr, sehr stark fordern. Und das geht eben auch in die Richtung, dass Produkte so hergestellt werden, dass sie cradle-to-gradle-mäßig, wiederverwertbar, recycelbar in ihre Grundbestandteile zerlegbar sind, sodass keine Ressourcen unnötig verloren gehen. Was die Partei zum Klimawandel sagt, konnte ich hauptsächlich aus dem Valomaten erlesen. Sie fordern höhere Ziele, was die CO2-Emissionen betrifft. Sie sind für Biolandwirtschaft, sie wollen keine Gentechnik, sie wollen keine Atomkraftwerke und sie wollen eine vermehrte Besteuerung von Plastik. Tja, ich habe mir für euch die Mühe gemacht, diese Programme einzeln zu durchschauen. Bei jeder Partei findet man irgendwo einen Punkt, dem man nicht zustimmt oder dem man anders sieht. Ist es das Familienbild der ÖDP, was den Ausschlag gibt, dass ich sie nicht wähle? Ist es bei Volt die Zustimmung zu Gentechnik und Atomkraft? Bei den Piraten erinnern wir uns nochmal, dass Julia Reda gesagt hat, dass man sie nicht wählen soll wegen des Sexismusvorwurfs gegen ihren ehemaligen Büroleiter. Oder ist es bei der Partei, dass man sagt, naja, wenn die gar nicht Klarstellung beziehen, was sie wollen, dann kann man sie nicht wählen. Es gibt immer Gründe, viele Gründe, etwas nicht zu wählen und wir müssen die Gründe finden, etwas zu wählen. Es ist eine schwierige Entscheidung, bei der ich euch, sofern ihr wählen könnt, viel Spaß und eine gute Hand wünsche. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir bitte unbedingt einen Daumen nach oben und verbreitet es, verlinkt es, wenn es euch gefallen hat, damit es noch ein paar Leute sehen. Das wäre nämlich schön, weil dieses Video natürlich nur einen Tag wahrscheinlich interessant ist. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad. Bis zum nächsten Mal, euer Dieser Dad.